Musik Willkommen bei der Fraktion Die Linke. Immer mehr Vorschläge der Fraktion Die Linke werden von anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag übernommen. Denken Sie an die Pendlerpauschale. Jetzt hat auch die CSU entdeckt, dass es ein Fehler war, die Pendlerpauschale so zu kürzen, wie das CDU, CSU und SPD gemacht haben. Wir freuen uns, dass die CSU mittlerweile die Pendlerpauschale in alter Form wiederherstellen will. Damit es aber nicht dabei bleibt, dass dies nur öffentlich so gesagt wird, sondern dass es tatsächlich auch erreicht wird, werden wir eine namentliche Abstimmung im Bundestag beantragen. Hier kann die CSU dann vor der Bayernwahl zeigen, ob sie in dieser Frage tatsächlich glaubwürdig ist. Ein weiteres Beispiel ist die Altersteilzeit. Die SPD hat schon mehrfach ähnliche Anträge der Fraktion Die Linke im Bundestag in den Ausschüssen abgelehnt. Jetzt kann sie zeigen, ob sie bereit ist, die Altersteilzeit wieder einzuführen, auch gegen den Koalitionspartner CDU, CSU. Es kann nicht so bleiben, dass in der Öffentlichkeit Forderungen erhoben werden, die im Bundestag aber dann nicht so entschieden werden, wie die jeweilige Partei es sagt. Daher wird auch hier die SPD den Test auf ihre Glaubwürdigkeit bestehen müssen. Im Grunde genommen geht es um armutsfeste Renten. Nach wie vor ist es ein Skandal, dass derjenige, der heute 1000 Euro im Monat brutto verdient, auch wenn er ein ganzes Leben lang gearbeitet hat, nur eine Rente von 400 Euro zu erwarten hat. Das darf und kann nicht so bleiben. Die Linke wird hier niemals Ruhe geben. Ein weiteres Thema ist die Mitbestimmung. Das Thema ist in Vergessenheit geraten. Aber in einer Zeit, in der Betriebe aufgekauft werden, ausgeschlachtet werden und wieder verkauft werden, müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr als bisher über ihr Leben mitbestimmen können. In diesem Fall über ihren Arbeitsplatz. Deshalb werden wir das Thema wieder auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages setzen. Wir werden verlangen, dass in größeren Betrieben die echte paritätische Mitbestimmung eingeführt wird. Demokratie ist keine leere Formel. Demokratie darf an den Werkstoren nicht Halt machen. Deshalb brauchen wir jetzt endlich im Zeitalter des Finanzkapitalismus eine echte Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn Sie mehr wissen wollen, schalten Sie auf die Webseiten der Fraktion Die Linke. enrollmentseiten der Fraktion Die Linke. Vielen Dank.